Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben wir Celine getroffen. Zwei Leute, die in einer Bedulie stecken. Das wird wunderbar. Du musst dich um die da kümmern, habe ich gehört. Oh, sie hat einen Langsperr. Es ist die Trefferwahrscheinlichkeit gering, aber man kann auch im Fernkampf campen. Altchen. Hast du auch einen Langsperr? Nee, du hast nur eine Lanze. Den mit dem Bogen muss er aufhalten. Jetzt ruhig ein Crit sein dürfen. Der hat nämlich genau ein Leben übrig. So, bei dir nutzen wir natürlich eine Axt. Wo haben wir denn meine Axtkämpfer da? Schau an das Haus. Das Gate ist groß öfter. Wir würden besser warnen, dass sie sich aufhalten, damit die Korrupten nicht inkommen sind. Hm, da können auch Charaktere sein, das weiß ich noch von alten Spielen. Versuchen wir die mal. Was ist das? Monster ist hier? Guck mal, all. Danke für... Nehmt das. Ich kann... Ein Langsperr hat komplett der falsche Kamerad gerade in der Hand. Ich bin froh, zu helfen. Magst du mir den einmal rübergeben? Gut, dann kann ich den jetzt nämlich jemanden ins Gesicht werfen. Felica kenne ich so teils, aber ich habe das Spiel zu der nicht gespielt. Ne, noch ist es unnötig. Dich haben wir gebrochen. Da oben helfe ich gerne mit dem Bogen aus. Ich bin bereit, zu servieren. Und mit Magie. Magie ist immer gut. Magst du so, vielleicht? Und gut, dass die Waffen nicht kaputt gehen können. So, Protektion. Ist eine nette, ne? Ich will von deinem Seite von jetzt an. Zusammen. Wir werden das, was du liebst. Danke. Emeline Selica beherrscht mechstige magische Angreife. Heilige Haltung. Wir finden einen verzerrten, zugefügten Schaden, teilweise auf den Angreifer zurück. Okay. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Es ist ein guter Entschluss. Hm. So, dir helfe ich. Dass sie teleportieren kann, ist praktisch. Der Finish war mal so unnötig. Aber dieser Teleport, der ist ja mal mega krass. Schaffe ich es denn, alle Häuser zu erreichen, bevor die da hinkommen? Da ist ein Haus. Da ist eins. Ja, ich sollte es locker schaffen. Ich stelle mich mal hier daneben, damit unser Heiler nicht angegriffen wird. Du wolltest mir Schaden drücken? Das war süß. Ich glaube, ich hatte mehr Power. Oh Gott, ich weh. Okay, er ist nicht gut im Treffen. Ja, mit dem Schwert hätte ich vielleicht nach unten gehen sollen. Mann, lehrt doch mal, wie man Schaden macht. Leid überhaupt anwesend. Blüht, Mann. Oh, was passiert jetzt? Woher hast du das? Es war in der Ringvault. Vander hat es nach der Kampf in Lethos' Kastel gefunden. Warum? Wann wissen Sie, was das ist? Ein draconische Zeitkristall. Ein Artefakt, der kann sich auf die Zeitkirche auf die Zeitkirche. Es gibt eine Grenze, aber immer noch. Es könnte uns eine Beziehung auf die Zeitkirche geben geben. Zeitkristall, huh? Also, es ist nicht... Da wir es haben, ich sage, dass wir es in Use geben können. Gib es ein Mal. Okay. und wie nutze ich das ding wir werden es nicht rausfinden ja nach oben bewegen sich genügend bewegt mich mit denen hierunter und wer hier darf sich auch mal darunter bewegen so du bist Ripp du kriegst jetzt magie ab stimmt ja er hat einen wurfball schon komplett ausgeblendet gehabt das wurfball macht dich wunderbar in meinem inventar einfach weil sich als selber damit die stadt nichts abbekommt reden wir erst mal mit chloe den dreh ist wie geil das klingt gut ich würde mal sagen weg mit dir einfach nur wanted so die ich mal mir mal als nächstes blatt du kannst sie je nicht werden flut der hat einem wasser angriff gehabt einmal reden und einen besuch abstatten ich sehe das übrigens nicht aber sie hat auch seine haare 2000 gold damit lässt sich was anfangen ich kann mich wehren der tit da oben ist einfach nur ein bandit ne so die schrecken wir einfach mal instant das sieht nicht als in haus geben wir einfach weiter ich gehe jetzt ruhig auch mal nehmen das bündnis ein dann nehme ich noch weiter laufen in dein gesicht ich bin okay ich bin okay dreck nachsetzen was soll der mit dem bogen ausrichten okay okay in der ente klopädie band im domini oder auf der weltkarte muss ich die beiden quatschen lassen ich kann keep going so hieler macht deinen job sorry the trouble you machst du feind krambe ja level up naja was heißt stark ne dich kann ich wenigstens ausschalten irgendwie sind diese emblem dinger kurzzeitiger op modus zumindest aus meinem empfinden da ist nur noch dieser eine typ wenn ich so angreife vom wasser aus kann der gar nichts machen kann der nur hilflos dastehen und weinen wo der hat jetzt höheres ausweichen noch mehr von denen ja zum glück stehe ich gerade auf ein paar davon ne auf den hals man auch habe ich jetzt gerade erst gesehen da habe ich die richtigen an die richtigen stelle gesetzt wäre der raubbein übrigens ein charakter gewesen hätte er noch irgendeinen text von sich gegeben ich würde mal sagen du setz dich am besten mal kurzzeitig dahin so kommt hilf aus dem kritz treffen immer das war sehr schön muss erst mal eine ganze runde laufen können die eigentlich mit mir ein gespräch führen ne ja komm ruhe dich ruhig eine runde aus die hat keine freunden ap in dem level ab ist auch ein witz ne überreiten mit dem rittertod dann kann er sich gar nicht wehren dann kann er sich nicht mehr axt und der charakter momentaner lands in der hand macht sinn kommt da jemand fliegen ist etwas raus und schiedet die aber runter einfach da in der nähe bleiben wenn der irgendwer meine auch zum mucken mal ihm platt das kann ein bisschen darum ist die alle da oben ankommen wenn du er gebe ich ihm danach den sie gehört macht mehr sinn so teleportieren wir uns mal hier hoch und helfen da überhaupt nicht okay jetzt schon level 3 okay aber mit der eisenaxt bitte die habe ich ein hühnchen zu rupten oder den langen schwer ich hätte dir das wurfbein nehmen sollen so du setzt dich da oben hin erstens damit keiner angerannt kommt und zweitens aber du dich heilst okay da kommt drunter netz die prinzessin die prinzesse mit die jetzt in den intern treten würden sie ja nicht ankommen das teleport ding kann man nur einmal machen okay bis er allein so was ich kann mir noch mehr hier bonus ich bleib da oben gerne stehen eigentlich kann ich warten weil der wird gleich sterben daneben tschüss die verzerrten waren ja auch einfach zu besiegen vor allem wenn die gegen jeden von denen einen bonus bekommt dann richtig easy ah 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 Es ist nicht so, dass ich mich nicht so vergleichbar bin. Es ist weg. Du hast meine Leben geschaffen. Vielen Dank. Es war nichts. Ich habe nur das, was jemand anderes machen würde. Mann, bist du eine Süße, ne? Ich sag mal so, in der richtigen Schlacht so eine lange Friese würde dir aber nicht helfen. Das Gleiche geht für meinen Charakter. Entschuldigung für den Versprecher. Warum hast du nicht vorher geholfen? Ich habe mich noch nicht erwähnt. Ich bin der Divine Dragen. Was ein schönes Name. Ich bin Vail. Vail. Kann ich mich unterdrücken? Was ist das? Selbst mit dem Korrupten weg, es könnte nicht sicher sein für sie hier. Vielleicht sollten wir sie nach Hause oder nach einem Inn. Das ist eine gute Idee. Hey, Vail, du lebst hier? Und schon ist sie weg. Marv, du könntest mir sagen, wohin die verschwunden ist. Du hast sie in die Richtung gestarrt. Deine Kleidung ist auch nullkampftauglich. Eigentlich. Ich würde dich bedanken. Alfred hat mir gesagt, dass du Fyrenees geholfen hast für Hilfe. Und deine Hilfe in der Krieg war die Unterschiede zwischen Krieg und Krieg. Danke. Wirklich. Nicht sagen. Alfred und ich sind Freunde. Ich bin froh, zu helfen. Freunde? Er sagte das? Ja, ich würde das auch nicht mögen. Und der Welt ist neu zu mir. Ich mache Fehler wie jeder. Ist das so? Ich dachte, sicherlich, die Divine Dragon wäre ein all-sehend, all-powerful Mensch. Aber hier finde ich, dass du eher... ...human als ich erwähnt. Vielleicht können wir Freunde. Dann sagst du, Selene? Freunde? Ich würde mich honnert. Oh mein Gott, deswegen habe ich jetzt viel zu bequatschen. Sogar die, äh, Bewohner der Stadt kann nicht bequatschen. Um Gottes Willen, das mache ich nicht mehr heute. Äh, das mache ich beim nächsten Mal zum Start. Ja, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, den nächsten Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.